Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben zuletzt ein sehr wichtiges Geheimnis entdeckt hier bei Inscription, dass es uns vielleicht ermöglicht, das Spiel zu beenden, das Finale gemeinsam zu erleben. Die Voraussetzungen sind gut, wir haben ein, glaube ich, hervorragendes Deck. Wir müssen noch zwei Bosse besiegen und dann ist es vielleicht soweit. Also, ich bin sehr gespannt, weil das Spiel ja unglaublich überraschend ist, was bestimmte Wendungen betrifft, was das mögliche Ende für uns bereithält. Ihr könnt dabei sein, morgen am Donnerstag ab 20.30 Uhr auf Twitch. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.